Es gibt Möglichkeiten, ihm zu Fuß zu gehen, es gibt Möglichkeiten, ihm ein Fahrrad zu machen, es gibt Möglichkeiten zum Pferd und wir haben versucht, wir machen die Möglichkeit zu fliegen. Nach 20 Minuten etwa Flugzeit tut es einen Riesenschlag und ein schleifendes Geräusch hinter mir. Ich denke mir, was ist das, was ist das? Das Problem ist der Auspuff. Wir haben einen kompletten Motor, aber kein Auspuff dazu. Das Problem ist der Auspuff. Okay. Also nach diesen, nach diesen zum Teil fliegen, da habe ich auch, kriege ich mit der Zeit ein bisschen Angst.